Hey, meine kleinen Aslaks und willkommen zu einer weiteren Runde Minekraft Skywars. Heute wieder in einer Teamrunde. Hallo, na? Oh, das ist ja nicht von dir. Hier, nimm mal ein bisschen Fleisch von mir. Okay, wohin gehen wir? Ich habe keine Blöcke. Blöcke? Bitte, nur ein paar. Ich habe keine. Können wir bitte ein paar Spansern? Gibt es hier was? Doch, da gibt es ja auch nichts. Sind die... Sind die drüben? Sind die beide drüben? Oh, lol. Nein. Was macht er? Ich habe halt echt gar keine... Blöcke. Was war das? Der arme kleine Fratz. Ja, ich kann dir nicht helfen. Du, du musst mir schon ein paar Blöcke abgeben. Oh, nein. Oh, ein Feuerzeug. Ja, toll. Ich kann dir davon nicht helfen. Okay, das war nice. Das war wunderschön. Okay, ja, er rennt weg. Er rennt weg. Blöcke, bitte? Nein, von hinten auch noch. Oh, lol. Und er ist auch tot. Sag mal, was rennt ihr mir denn immer ins Schwert rein? Er kommt. Er kommt. Oh, Gott. Lol. Was ein Trottel. Und ich kriege ihn nicht. Oh, nein. Nein, 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 nein. Der Knockback. Wo ist mein Mate? Hä? Mein Mate ist tot. Mein Mate ist... ...nicht tot. Oh, er lebt, oder? Ah, nee. Er ist tot. Ich habe gar keine Blöcke. Ich brauche etwas. Oh, wie der gerade einfach weggerannt ist. Ich wäre fast verreckt. Eisen? Ja, ich brauche Blöcke. Ja, stimmt. Ja, warte mal. Hier, nimm mal die Hälfte. Wir können uns mal eben irgendwie eine Spitzhacke machen, damit ich mir hier was zusammenkraften kann. Ey, gib mir einfach nichts. Ja, sieben Blöcke. Ich habe was in meinem Leben erreicht. Das ist schön. Das ist... Oh, ist das Dufte. Warte, da sind auf jeden Fall die anderen noch. Ne? Drei, zwei Spiele. Hä? Es gibt noch zwei Teams? Ah. Ah. Und du willst da rüber. Okay. Geschickt eingefädelt. Na, komm. Dann geh mal hier runter. Gibt's da was? Nee. Gib mir mal bitte zwei Holz. Oh, danke. Danke. Sehr nett von dir. Sehr aufmerksam. Wirklich fabulös. So. Dann mache ich mir jetzt auch eine Spitzhacke und baue ein paar Diamanten ab. Sechs Dias. Boah, da lohnt es sich schon fast wieder zurück zu gehen. Und ein bisschen was mit... Was macht... Ach so, er will da unbedingt drüber. Okay. Das geht doch. Das geht auch ohne. Egal. Dann gehe ich jetzt mit meinem Freund da hin. Oh. Ah ja, stimmt. Nette Idee. Wollen wir da einfach runter? Und die töten? Sind denn da welche? Ich weiß es. Ah ja, da sind welche. Nice. Ach komm, weißt du was? Hier. Komm. Er hat's ja getrunken. Ich kann's mal kurz runterschütten. Ich warte ein bisschen. Was macht er denn da? Hä? Ach so. Er ist gar nicht da. Okay. Schöne Sache. Da verteilt es sich. Sind denn da beide unten? Oder... Oder... Hä? Also ich sehe einen. Ach so. Es existiert ja nur noch einer. Aha. Okay. Ja, dann soll ich da vielleicht einfach mal reingehen, oder? Ich meine, ich habe ja eine Spitzhacke. Du bist angeblich... Was? Er ist da drin. Er ist da einfach drin. Oh nein. Nein. Hä? Warum war ich da gerade in dem Block, Alter? Moment. Tschüss. Nein, 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 nein. Oh Gott. Er ist tot, oder? Nee, er lebt noch. Und tschüss. Ah. Oder auch nicht. Oh, 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 oh. Ich werde gleich brennen, oder? Sobald ich brenne... Muss ich was machen. Ich muss sofort darüber dann. Wo ist der denn? Hä? Der hat sich aber darüber gerettet, oder was? Oh Gott, nein. Mach... Mach Wasser hier hin. Bitte. Nein, 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 nein. Klar, ich habe ein Problem. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange das hält. Oh, oh. Okay, okay. Ich lebe noch. Wo zur Hölle bist du jetzt? Also angeblich... Da irgendwo. Nee, jetzt ist er hinter mir. Über mir ist mein Mate. Okay, das wird wohl bedeuten, dass er... Ah. Ah. Bauen wir das mal ab. Was war denn da? Aha. Okay. Der ist da unten. Also er macht das schon ziemlich geschickt. Ist der da irgendwie... Was hat der denn da gemacht, der Junge? Stimmt der nicht mit dir? Oh. Nein. Hä? Mein Mate springt runter. Der könnte das noch gewinnen. Da ist er auch nicht. Der ist da unten. Er ist tot. Nee, mein Mate ist tot. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein. Ich bin tot. Ich bin auf jeden Fall tot. Das hat er so gut gemacht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wo er rumgammelt. Ich habe gerade noch zwei weitere Runden im Team gespielt. Und da gab es einen, der hat mir wieder keine Blöcke gelassen. Hat sich dann in die Mitte teleportiert. Hat dort alles gelootet. Ich habe dem auch die ganze Zeit gesagt, dass ich keine Blöcke habe. Und dann so nach zwei Minuten ist der irgendwann in der Mitte verreckt. Und ich hing fest. Bei mir war kein Holz. Ich hatte keine Spitzhacke. Keine Axt. Keine Blöcke. Gar nichts. Oh nein. Oh nein. Ach komm. Nee. Tschüss. Ach komm. Du bist eh tot. Oder er soupt. Er soupt vielleicht. Oh nein. Ja, er soupt echt. Hä? Wie langsam hast du denn jetzt die Suppe geschluckt? Okay. Ja. Danke. Würde ich mal sagen. Und der zweite Typ war auch toll. Der hat sich einfach mit einer Enderpearl irgendwo gegen geworfen. Und ist dann gestorben. Macht immer wieder Spaß mit so Leuten zu spielen. Echt? So viel Spaß macht das. Dann gehe ich hier mal rüber. Es leben nur noch zwei Leute. Als ob. Oh. Oh, 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 oh. Oh nee, 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 nee. Hör mal. Hör mal. Oh Gott. Der hat einfach Schneebälle. Oh nein. Warte, ich muss hier was bauen. Ich muss irgendwie safe sein. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott. Bitte nicht. Ich esse mal was. So. Jetzt geht's mir gut. Bitte nur keine Lava hier runter machen. Das wäre nicht so gut. Hä? Hallo? Bist du... Ah, er ist da oben. Okay. Hallo? Ah. Er hat sich da rüber gebaut. Okay. Moment. Dann komme ich auch. Oh Gott. Hilfe. Ich habe leider keine Spitzhacke. Oh nein. Das war richtig knapp. Ja, alles klar. Ach komm, weißt du was? Gehe ich hier einfach hoch. Block einmal. Mir geht's gut. Hier. Ich habe mir einfach gesuppt. Ne. Oh lol. Er hat's geschafft. Okay. Mach weiter so. Ja. Ist okay. Kann ich mit leben. Er ist runtergefallen. Als ob er ist... Er ist tot. Hä? Geiler, geiler Trick. Fand ich echt interessant. Wie er das da gemacht hat. Sah auch sehr eindrucksvoll aus. Und wo ist der letzte? Was macht der? Habt ihr noch was? Hey. Ach, da hinten. Oh nein. Was hat der denn für Equipment? Ah, hier einen Moment. Okay, warte mal. Machen wir so. Das sieht der ja hoffentlich nicht. Dann noch so. Und jetzt komm bitte. Siehst du das, was ich da gebaut habe? Hier, komm. Ich bau da mal was zwischen, damit du es nicht so einfach siehst. Und dann ist gut. Vor allem der ist einfach full dear und verzaubert. Ja, geil. Oh nein. Schau, was ich da habe. Ich renne einfach hinterher. Oh lol, er geht sogar da in die Ecke. Ist ja voll dull. Er wurde aber leider null getroffen. Doch, wurde er scheinbar. Sonst hätte er sie nicht gehealt. Oh, oh, oh. Die Kommo des Todes. Oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Bisschen gesouped. Okay, ja. Könne ich gewinnen. Und ich habe sogar noch eine Suppe nebenbei reingeballert. Oh ja. Das war locker easy, war das. Die Suppenlieferung am Anfang hat es auf jeden Fall gebracht. Und da wären wir schon wieder mit einem Mate zusammen. Und der baut schnell. Toll machst du das. Willst du spitze. Na, willst du runterfallen? Nee, heute nicht. Okay. So. Ey, ey. Nice, der Typ. So, nehmen wir das mit hier. Geil, geil, geil. Oh nein, na. Pearl. Er ist tot. Hä? Der ist runtergeplumpst. Der Arme. Seine armen Eltern. Das kann er doch nicht machen. Oh, der. Oh mein Gott. Was ein trauriges Ende für das Team. Hä? Ey. Er geht da einfach rüber und tötet die. Oder auch nicht. Wow. Wow. Okay, das war echt ein bisschen schlecht. Er brennt wieder. Ich glaube, er wird verlieren. Alter. Da ist aber ewig gebraucht. Oh. Oh nein, 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 nein. Ich werde das nicht schaffen. Ich werde nicht gegen die beiden gewinnen. TNT habe ich auch nicht. Ja, wenn ich mit Lava rumspiele. Komm, komm, komm. Dann schaffe ich es eventuell. Gegen zwei zu gewinnen ist immer ein bisschen kritisch, ne? Ein ganz kleines bisschen ist das kritisch. So. Erstmal alles abfackeln. Besonders mit einem Goldschwert. Ja, mein Mate hat gewonnen. Hey. Da sind sie. Oh nein. Komm, einmal in dein Gesicht. Und einer springt rein. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Moment. Komm. Sind die da? Alter, was haben die denn alles? Komm schon wieder zurück. Nein, nein. Oh Mist. Oh Mist. Nimm das, nimm das, nimm das. Komm, nimm die Lava, bitte. Er brennt. Aber er bekommt keinen Schaden, glaube ich. Ne. Der hat den Trank, Intus. Verdammt, verdammt. Ich muss ganz schnell weg. Ich muss ganz, ganz schnell weg. Mein Mate kommt wieder. Komm. Lös mich ab, bitte. Erstmal was essen. Genau. Ja, kacke. Der andere hat echt was genommen. Aber jetzt kann ich die überraschen. Mist. Ich hätte ihn fast runterschubsen können. Ja, er ist tot. Und der andere auch. Hey. Wir haben es geschafft. Und das mit einem Goldschwert. Richtig toll war das. Das waren noch ein paar tolle Runden. Auch wenn ich heute irgendwie ein bisschen komisch gespielt habe. Fand ich die letzte Runde echt toll. Und die davor eigentlich auch. Aber ist ja egal. Dann bewerte den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.